Neben mir steht der Publikumsliebling vom Festival 2012, frisch aus dem Ruhrpott, neben mir steht Fahrt. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Wie man leider hören kann geht's mir nicht so gut, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, heute nach Pforzheim zu kommen, weil wir letztes Jahr auch hier gewesen sind und wir sehr viel Spaß hatten, das Publikum ist immer geil hier und trotz Erkältung, trotz sichtlichen Bleisturen bin ich trotzdem gekommen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen, trotz Krankheit. FNASISI ist am Start, lasst mich eure Hände sehen, kommt schon Pforzheim, das sieht verdammt gut aus, okay, jetzt zeige ich euch mal, wie der FNASISI das macht, okay? Dieses Leben ist so kurz, um ständig zu weinen, ich sehe keinen Grund, um ängstlich zu sein, sag meinen Feinden, ich warte hier, FNASISI, geh raus und... Ich hab mir hier draußen täglich mein Brot geholt, hatte den besten Kurs und wurde hoch gelohnt, wurde zwar auch mit dem Tod bedroht, doch wie du sehen kannst, hat mich der Tod verschont. Ich bin ein General, Pforzheim salutiert, wir sind hier aufgewachsen und hier fallen wir, du kannst rennen, doch ich bleib' dir zehn Schritte voraus, zwei, sechs, damals noch mit FNASISI, nur ein Straßenjurin mit seiner Liebe zu rap, überall lauer Liebe, hab nie Liebe versteht, du bist die Wahrheit, ich sag dir, FNASISI, geh raus und... Ich bin hier und bleib', egal was du sagst, von der Gosse ins Glück, direkt in die... Feuer in den Augen, Benzin in der Lunge, FNASISI... Du willst gleich noch Autogramme schreiben, ist das richtig? Ich versuch's, ich werd's versuchen, ja. Also ich war grad oben und da ist eine richtige Massenpanik ausgebrochen, alle Leute drehen richtig durch wegen dir. Okay, ja, freut mich natürlich, solange keiner zu Schaden kommt und die Leute, die sich darüber freuen, mich zu sehen, ist das für mich eine große Motivation und eine große Anerkennung und ich weiß das natürlich zu schätzen, das ist ganz klar, da freut man sich drüber. Laura, ich hab dich hier grad vorne stehen gesehen und ich hab das letztes Jahr schon mal gemacht hier in Pforzheim und vielleicht könnt ihr mir ja helfen, wenn ihr wisst, wie das geht, okay? Stell dir vor, ich würd dir eine Frage stellen. Stell dir vor, die sind alle gar nicht hier grade, wir beide sind alleine hier, okay? Und meine Frage, aber es ist nur eine theoretische Frage, du musst dir keine Antwort geben, aber du kannst überlegen, ob du mir eine Antwort geben möchtest. Stell dir vor, die wären jetzt alle weg, mit einem Finger schnippsen und ich würd dich fragen, wenn ich dich küssen würde. Würdest du deine Lippen auf meine legen? Wär für mich vielleicht ein Platz in deinem Leben? Sei bitte ehrlich, hast du auch diesen einen Wunsch? Ich sehne mich so sehr nach deinem Kuss. Oder würdest du mir in die Augen sehen und sagen, Laura will jetzt lieber nach Hause gehen, weil wir nichts weiter als Freunde sind und der Traum von großer Liebe bescheuert klingt? Wenn ich dich küssen würde, wärst du glücklich? Sei einfach nur ehrlich, nimm keine Rücksicht. Würdest du meine Hand nehmen, mich langsam an dich ranziehen und mich dabei ansehen? Würdest du dich über meinen Kuss freuen, oder? Okay, alles klar, ich hab die Antwort schon bekommen, ich muss nicht weiter reden. Mach mal bitte einen riesigen Applaus für Laura, ja? Du warst doch auf großer Tour, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ist die Tour schon vorbei? Die Tour ist vorbei, wir sind jetzt noch vereinzelt ab und zu in manchen Städten, aber die große Tour ist jetzt erstmal vorbei, aber das nächste Album steht schon in den Startlöchern und wir werden wieder auf Tour kommen, 100 Prozent. Wieder selbes Timing wie bei den letzten beiden Alben? Kann ich's nur noch nicht verraten. Ja, musst du auch den Spannungsbogen aufrechterhalten, sehr gut. Alles klar, ich würd sagen, ich will dich ein bisschen schonen, hast du dir verdient nach der geilen Show. Leute sind durchgedreht, ich glaube, es wird heute keine Show mehr geben, die ähnlich viele Begeisterungsszenen mit sich zieht, in dem Sinne, hau rein und wir sehen uns. Bis bald. Ja. 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 Doch sind uns selber treu Haltet die Welt an Lasst uns den Streit verwerfen Denn dein Lächeln hat ein Ehrenplatz in meinem Herzen Klettern auf das Dach der Welt Für ne Freundestanz Und das Glück in deinem Herz macht den Teufel Angst Keiner ist perfekt Wer ist schon ohne Fehler Ich trinke auf Vergebung, trinke auf Brust Wir wollen weder dein Haus Noch wollen wir deinen Schmuck